Ich verstehe es nicht, Andreas. Was läuft da anders? Naja, Deutschland hat die Produktion jetzt per Dekret aufgegeben, deindustrialisiert, jagt die gesamte Wirtschaft quasi aus dem Land, zerstört also die komplette Eigenproduktion, wird mehr oder weniger hochstilisiert zu einem Makler der gesamten Welt. Das heißt, das Ganze wird nur noch ein Handels- und Maklerbüro. Und die eigentliche Arbeit findet statt in Indien und in China. Und deshalb brauchen die natürlich auch wesentlich länger. Es ist natürlich einfach, bis zum Jahr 2030, dass die sogenannte CO2-Neutralität, was immer das überhaupt wirklich sein mag, das hat mir noch keiner mal richtig erklären können, also diese CO2-Neutralität bis 2030 zu erwirtschaften, wenn man die Wirtschaft schlichtweg verabschiedet oder den Unternehmen den Standort so madig macht, dass sie alle massenweise flüchten, dass selbst die Schlüsselindustrie wie Mercedes beispielsweise, die SUVs, die Lkw-Sparte, mehr oder weniger jetzt aus Stuttgart verschwinden und jetzt in China eben halt produzieren, dann ist es ganz logisch, dass die natürlich länger brauchen. Denn die SUVs werden ja in Deutschland gefahren weiterhin, aber die kommen dann eben halt aus Indien oder aus China. Und ich habe das Gefühl, dass manche glauben, dass China oder Indien andere Planeten sind. Nein, nein, das gehört zusammen. Und es gibt große Windgürtel um die Erde herum und das Ganze verteilt sich. Also nochmal ganz kurz für diejenigen, die das nicht verstehen, wenn in China große Schadstoffe ausgestoßen werden, dann verteilen die sich irgendwann auf der ganzen Erde. Nicht ganz leicht zu verstehen. Die Erde ist eine Kugel. Wer natürlich an die Erdscheibentheorie denkt, an die Scheibentheorie denkt, der wird jetzt wahrscheinlich auch damit noch Schwierigkeiten haben, aber so ist es nun mal. Und daran sehen wir wieder einmal diese Billionen oder von denen wir dort reden, inklusive der CO2-Zertifikate, mit denen man spekuliert an den Börsen. Das ist letztlich mittlerweile immer mehr ein Indizien-Kettenprozess, den man zu einem Beweis dazu zusammenführen kann, dass man diese gesamte Klimathematik genau aufgebaut hat, um das Finanzwesen damit mehr oder weniger noch ein wenig zu verlängern, um den Umverteilungsprozess von fleißig nach reich noch ein wenig aufrecht zu erhalten, bis der Ultra-Reichtum bei den Menschen eben halt angelangt ist, bei einer Handvoll von Menschen, die die gesamte Erde sich teilen. Ich möchte kurz hinweisen auf mein Video, was wir gestern eingestellt haben. Das findet ihr auch hier in diesem Telegram-Kanal, wo ich genau darüber gesprochen habe, wie beispielsweise durch die Börse jetzt mittlerweile Großinvestoren in die ganz normale Natur investieren. Aber um diesen Vorgang noch weiterhin mit dem alten System zu unterstützen, fährt man die alte Struktur dieser Klimanarrative weiter. Das Hauptproblem ist, dass die Ursache nach wie vor nicht in der Diskussion steht, sondern mehr oder weniger nur die Lösung eines Problems, welches selbst umstritten ist. Das ist die Absurdität. Ich meine, das sagt einem der gesunde Menschenverstand, dass die Natur, die uns über Jahrtausende die Rohstoffe, die fossilen Rohstoffe wie Kohle, Öl, Gas und so weiter zur Verfügung gestellt hat und dass wir im Rahmen der industriellen Revolution seit 1780 ungefähr, da ging das los, diese Rohstoffe innerhalb von wenigen hundert Jahren im Prinzip mehr oder weniger verbrennen, also einfach nur vernichten, dass das natürlich gegen den gesunden Menschenverstand verstößt, das ist doch ganz logisch. Aber wenn es denn so ist, dann sollten wir auch offen darüber reden und nicht so ein komisches, umstrittenes Klimasystem davor schieben, um den Leuten ein Label zu geben, unter wen das Ganze läuft. Das Ganze ist für mich schon durchschaubar. Ich verstehe das, weil man weiß oder glaubt, die Menschen sind einfach zu dumm. Aber da hat man natürlich auch mächtig mitgewirkt, dass es dazu kommen konnte, dass die Menschen die Zusammenhänge nicht mehr erkennen können. Vielleicht sollte man da umschalten und die Menschen mitnehmen. Das ist nämlich nicht so menschenverachtend, als wenn man sie mehr oder weniger wie eine Hammelherde mehr oder weniger durch die Wüste schickt. Das ist das Unfassbare dabei. Nicht wieder die Diskussion, bitte. Die Epoch Times hat Frau Merkel nochmal zitiert, die ja auch in Glasgow weilt und da offenbar eine ganz wichtige Rolle, vielleicht ihre letzte wichtige Rolle in dieser Welt spielt. Sie sagte am Montag bei dieser Konferenz, mit einer solchen Bepreisung können wir unsere Industrie, unsere Wirtschaft dazu bringen, die technologisch besten und effizientesten Wege zu finden, um zur Klimaneutralität zu kommen. Es gehe um die Veränderung des Wirtschaftens und des Arbeitens. Und Merkel wörtlich, das ist eine umfassende Transformation. Da ist ja der Begriff wieder. Und während sie also von einer umfassenden Transformation spricht, waren bei dieser Weltklimakonferenz nicht anwesend Chinas Präsident Xi, Russlands Staatschef Putin. Und Herr Erdogan hat auch abgesagt. Ja, also die haben auch andere Strukturen, um die Atmosphäre und auch die Gesundheit der Luft wiederherzustellen, indem es darum geht, die Pflanzen, das heißt die Bäume wieder aufzuforsten, um über diesen Weg ein Problem zu lösen und nicht über die Abschaffung der Wirtschaft. Was ich so interessant finde, ist, dass es Frau Merkel geschafft hat, noch rausgelobt zu werden durch den Bundespräsidenten und noch in ihren letzten Amtshandlungen, wie in den letzten 16 Jahren zuvor, noch einmal ausholt und mit der bloßen Faust dem ungeschützten Gesicht des Volkes im Prinzip reinschlägt. Und das ist für mich eigentlich das, was mich am meisten erschreckt, dass die meisten Menschen es nicht verstehen. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass das Volk in Deutschland so mehr oder weniger an einer Krankheit leidet, zu einem Großteil. Ich meine nicht alle. So zwischen dem, wie nennt sich das Syndrom nochmal, also auf der einen Seite, ich komme jetzt nicht mehr drauf, jetzt sind mir die Dinger gerade weggefallen. Ich komme bestimmt gleich wieder drauf. Ja, Stockholm, meinst du das? Stockholm-Syndrom, genau. Ja, und jetzt fällt mir auch die Krankheit wieder ein, eine Mischung aus Borderline und Stockholm-Syndrom. Und das ist Stockholm-Syndrom und das ist so ein bisschen das Problem, was ich sehe. Jetzt zu dieser nächsten Geschichte, die du gerade nanntest. Und Borderline ist aber nicht Macht über andere haben. Nein, es ist diffiziler. Ja, ich weiß, dass es diffiziler ist. Das war nur mein erster Impuls, der mir dazu einfiel. Ich habe das jetzt deswegen gesagt, damit nicht ganz viele jetzt schreiben. Der Andreas hat gesagt, Borderline ist eine Krankheit, mit der man Macht auf andere ausüben möchte. Okay, kümmert euch darum. Ihr werdet relativ schnell erkennen, welche Symptome da auffallen und wie diese Zusammenhänge zwischen Borderlinern und Stockholm-Syndrom-Kranken, die unter Druck stehen, eben halt wieder die Verbindung aufzubauen sind. Kurz zurück, hier haben wir gerade gehabt, die Geschichte wieder der gesamten Narrative, die aneinandergereiht sind, zum Beispiel, dass der Wasserspiegel steigt und die einfachsten Dinge werden nicht überprüft. Die Antarktis, wo das Eis tatsächlich auf Land liegt, wird übrigens tendenziell größer, während die Arktis, das ist die obere Polkappe im Norden, tendenziell kleiner wird im Moment, aber auch nur vorübergehend. Nun muss man dazu wissen, dass der größte Teil dieser Nordpolkappe im Wasser schwimmt. Das heißt, die größten Eismassen sich unterhalb der Wasseroberfläche befinden und nur ein kleiner Teil oben rausguckt. Wenn dieses Ganze schmilzt, nimmt das Volumen des Eises ab und geht auf die ursprüngliche Dichte des Wassers zurück. Also man kann zu Hause mal ein Experiment machen, indem man ein Glas Wasser in den Gefrierschrank stellt und lässt das volllaufen. Und dann lässt man das tauen und dann stellt man fest, dass durch das Tauen der Wasserspiegel sinkt. Das ist kein Verdunstungsprozess, sondern das hängt damit zusammen, dass durch den Tauvorgang das Wasser auf die ursprüngliche Dichte zurückgeht, weil Eis auch noch Luft beinhaltet und sich ausdehnt. Jeder kennt das, im Winter platzen die Rohre, wenn es friert und nicht, wenn es taut, weil nämlich Wasser, was friert, sich ausdehnt. Das bedeutet, wenn also beispielsweise ich Eiswürfel in Wasser schwimmen habe, dann hat das Wasser eine bestimmte Höhe am Rande des Glases. Wenn die jetzt anfangen, irgendwann zu tauen, dann bleibt dieser Wasserpegel absolut identisch und der wird nicht steigen. Das ist schon mal eins der ganz großen Probleme, die nicht dargestellt werden. Das zweite Problem ist, das Wasser nicht nur schmilzt bei Wärme, sondern auch bei Druck. Das heißt, Wasser, Eis zerdrückt sich irgendwann durch sein Eigengewicht. Nun gibt es verschiedene Sorten natürlich auch von Eis. Es gibt gefrorenes Wasser, es gibt aber auch zum Beispiel Seen oder Meer. Es gibt aber eben halt auch gefrorenen Schnee, der von oben wieder runterkommt. Und was jetzt hier wichtig ist, wenn die Eiskappen jetzt etwas zurückschmelzen, das heißt, die Nordpolkappe kleiner wird, dann wird weniger Wärme reflektiert. Das stimmt. Das bedeutet, dass die Atmosphäre wärmer wird. Wenn es wärmer wird, wird aber auch mehr Luft hochgesogen in die Wolken. Und warme Luft nimmt mehr Wasser auf als kalte Luft. Und diese wasserhaltigen Wolken werden irgendwann wieder runterkommen in warmen Gebieten als Regen und in kalten Gebieten als Schnee. Bedeutet, diese Schneefälle, die wir haben zum Beispiel, und das sind vermehrte Schneefälle, die wir erwarten, die führen dazu, dass die Polkappen irgendwann wieder größer werden. Und dadurch wird auch der Spiegeleffekt wieder größer, bis es so kalt wird, dass nicht mehr genügend Wasser in die Atmosphäre reingehen kann, weil ja eben nur warme Luft zu Wasser aufsteigen lassen kann. Und dann baut sich das Ganze wieder ab. Und wenn man das mal durchdenkt, was ich jetzt gerade gesagt habe, ist es ein permanenter Puls, der über Jahrhunderte laufen kann. Und deshalb ist es so wahnsinnig schwierig, in einer kurzen Phase eines Momentums irgendwie zu sagen, aha, es wird jetzt kälter oder es wird jetzt gerade wärmer. Das hat oft etwas einfach nur mit Wetter zu tun. Wir reden von Klima und die meisten wissen gar nicht, es gibt gar kein wirkliches Klima. Es gibt gemittelte Wetterwerte. Das heißt, man hat ganz viele Wetterzonen, zählt sie zusammen, teilt sie durch die Anzahl der Zonen und kommt auf ein Durchschnittswetter. Das sagt aber nicht aus. Wenn mein Kollege beispielsweise 100.000 Euro im Jahr verdient und ich verdiene gar nichts, dann haben wir beide ein Durchschnittseinkommen von 50.000. Aber was bringt uns das weiter? Auf dem Level wird diese ganze Klima-Theorie abgewirtschaftet.